So, hier, heute findet ein Fest statt, vielleicht sollte ich es mir ansehen. Okay, das war unten Handwerksrezept freigeschaltet. Nimm am Baumpflanzfest teil. Was auf J? Was ist da auf J? Ach so. Ah, das war jetzt abgeschlossen. Belohnung. Nimm, was muss ich, Bananensetzling, geh und pflanze ein paar Bäume. Was muss ich da mitnehmen oder irgendwas? Also, ich krieg ein paar Bananen. Ah, Bäume pflanzen. Das heißt, Hallöchen und zurück. Ah, das heißt, wir können... Da zwei mitnehmen, oder? Da haben wir... Haben wir nichts. Was haben wir da? Nichts. Nix. Haben wir sonst nichts? Ah, da haben wir doch sonst... Da haben wir auch nix, geh. Nein. Auch nix mehr. Da haben wir auch nix mehr. Ich könnte mir ja auch pflanzen, oder? So, jetzt gehen wir mal schnell gießen. Da? Okay. Okay. Die ist zum Ernten. Eine Kartoffel. Eine ganz normale. So, oder? Ja, gehst du da, ja? Und da. Okay. Weiter, der Sprinkler ist schon nicht schlecht. So, doch. So, doch. So, doch. dann echt schauen, dass wir ein bisschen weiter runter kommen, dass wir da einen Seetank bekommen, dass wir da können dann noch die Sprengler machen. So da, ist noch was zum Gießen da? So, dann gehen wir da zurück. Ah, das ist da hinten oben im Wald. Kein Wasser. Na, du traust dir was. Kein Wasser. So, da haben wir dann schön Zucker rein. So, da und hier. So, und jetzt gehen wir den Anklemer essen. Ja, ein bisschen. So, da hinten auffahren. Ach wo, haben wir gar nicht erwischt. So, wo ist das jetzt? Da hinten oben ist der Wald. So, auf, oder? Okay. Bäume, Pflanzen beginnen. Ja. Okay. Guten Morgen, Leute. Schön, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Besonders schön, dich hier zu sehen. Blauwa. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Seid ihr nicht zu sehen? Und seht euch diese Beteiligung an. Es sieht so aus, als hätten wir genug Freiwillige. Sicherlich. Packen wir es an. Ich erzähle euch noch mehr Einzelheiten, wenn wir in Urwo-Wutz sind. Was ist denn das? Was setzt's da für Bäume? Was in der Höhle? Sind alle bereit? Los geht's. Achso, die fahren da hier zwar anders hin. Gibt's da halt noch einen Ort? Achso. Das ist ja auch eine Schildkröte. Wer bist denn du? Der Nebel zieht auf. Da sind wir in Burawo-Wutz. Ich hoffe, es heißt so. Also, was davon übrig ist? Illegale Abholzungen. Abholzung hat hier ernsthaft Schaden angerichtet. Und das sieht man. Aber das wird sich bald ändern. Der Gouverneur hat die Zuständigkeit für Burawo-Wutz ans Tahle Town übertragen. Und so führen wir in diesem Jahr diese zeitlich begrenzte Veranstaltung durch. Okay. Wir werden Burawo-Wutz, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, komplett neu aufforsten. Also gehen wir es an und pflanzen ein paar Bäume. Was hast du für Bäume? Schau, Harnzillen. Sind die süß? Was heißt das Free Flying Ding Festival? Okay. Ah, reden. Die Emelie. Es ist gesund, ab und an aus der Stadt rauszukommen. Die Tempel-Tapetenwechsel ist gut für die Seele. Was soll ich da jetzt mit allen Reden nahe, oder? Das kann es nicht sein, oder? Syri. Das ist mein Training für die ganze Woche. Hauptevent beginnen. Was Hauptevent beginnen? Und was? Wenn ich die Tatsion sag, was ist da? Die Tatsion. Die Tatsion. Ah, Trieb-Linting. Weiter mit Ära. Okay. Und schließen. Erledige Bereich A. Klicke auf J. Zurück. Ah, ich muss das jetzt da erledigen. Nur Müll oder alles? Geht das da noch gar nicht? Okay. Muss ich da alles verkräumen oder nur einmal Müll? So, da ist auch A, oder? Geht das zum A dazu? Ja. So, da ist er. Rechnet er dir das alles mit? Ja. So. So. Da. Da mal zusammenräumen. Da bitteschön. Da. So. Was raucht da so? Ach so. Da. 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 Sonstern sitzen. Da. In der Richtung. Da. 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 sonst. Ein großer Bereich auch da. Ist er da? So, super. So, pflanze die Setzlinge im Bereich C. Ah, Gegenstand kann hier nicht verwendet werden. In C, ja. Wieso? So, wie geht das jetzt? Gegenstand kann hier nicht verwendet werden. Ich bin ja im Sektor C. Wieso geht das jetzt nicht? Wie geht das jetzt? Wieso das funktionieren? Broschüre. Also, die Broschüre können wir wieder weg tun, der ist im Weg. So. Nehmt euch das Oli helfen, bitte. So, außen bleiben, bitte. Ja, wie ist außen bleiben? So, da. Okay, und die anderen. Oh nein. So, dass ich hier auch was im Mittel. Mhm. Die unten haben wir ein PC. Das wäre geschafft, Leute. Wir haben es getan. Die erste Fläche ist gepflanzt. Es war viel Arbeit, aber unsere Bemühungen werden sich auszahlen. Nächstes Jahr wird dieser Teil von Burwa Roots ganz anders aussehen. Erst einmal wird es viel grün aussehen als jetzt und diese Bäume werden dann schon ausgewachsen sein. Hey, ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Gute Arbeit, Leute. Quest abgeschlossen. Was haben wir? Belohnung beanspruchen. Super. Haben wir irgendwas, was drinnen wäre, was wir schnell essen könnten? Können wir das daheim auch noch machen? Bauchen. Was haben wir da jetzt da? Doppelter Sedang. Was ist das? Seltener Müll? Schatzfilter. Einen zum Freischalten. Wo soll man da freischalten? Obwohl das Sedang. Seltener Müll? Schatzfilter. Haben wir immer wieder beim ersten angefangen, oder? Okay. So. Und die Suchen, das kann ich mir dann daheim auch noch holen, oder? Oh. Belohnung. Ja sicher. So. Du hast schon am Hauptevent dieses Festes teilgenommen. Das Fest verlassen. Ist da irgendjemand dort, den wir noch nicht kennen? Hier das ein Bäumchen, ne? Integrieren. Aha. Zurück. Da werden wir uns vom Fest verabschieden, oder? Und noch zu Hause noch ein paar Kleinigkeiten tun. So. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Das ist spät genug, oder? Brauchen wir jetzt daheim nicht mehr viel was tun. Also ich bin voll. So. Jetzt gehen wir da mal. Ah. Ich kann immer gleich pflanzen. Da haben wir sowieso nichts, was wir brauchen würden. Dann. Dann haben wir da. Stein. Glas. Ah. Das Glas muss ich mal unten da haben. Da haben wir. So. Den muss ich mal ausschreiben. Das ist so nix. Da haben wir Stein. Da. Das haben wir auch nicht hier. Da haben wir ein Glas. Was? So. Und der vierige jetzt gleich mal anpflanzen. Da haben wir Müll. Okay. Dann gehen wir mal pflanzen. So. Da haben wir eh ein bisschen an Platz. Den können wir da dazusetzen. Ah. Was tust denn? Das will ich ja nicht. Ah. 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 Da wäre eine. So. Zurück. Und zwar. Da. 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 Und da. Wie viel haben wir vier? Kann man den da rein setzen? Also da. Mit was habe ich denn da jetzt geschlagen? Ist ja klar finster wird's. So. Und pflanzen. Da. Da. Und da. Und gießen. Jetzt wo ich ja zuhause bin. Kann ich das ja beanspruchen. Oder? So. Schauen wir mal. Auf wieder. So. So. Da. Belohnen. Beanspruchen. Zurück. Den da. Da. Kann man jetzt. Pflanzen. So. Wo setzen wir denn hin? Das ist halt auch so eine Sache. Gell? Kann man da einmal ein bisschen was weg? Also. Na mal. Also. Auf. Umsetzen. Geht das irgendwie? So. Den da. Da haben wir gleich mal weg. Da hat man jetzt ein besseres Werkzeug auch. Aber für das braucht man so viel Kohle, das wir nicht haben. Hör doch. So, die zwei pojme. Wow, die ich dann. Was kann man da tun? Untersuchen. Ein Fundament. Vielleicht kannst du ja eines Tages etwas bauen. Aha, was bauen. Ich möchte jetzt aber den da anpflanzen. Kann ich den da nicht ansetzen? Na. So, setzen wir den da anpflanzen, oder? Das ist dann ein bei Bananenbaum, oder? Okay. Jetzt will ich die weiter zuwischen. Dass da nichts passiert. Dann können wir da noch ein bisschen ein Gras weg tun. Und ein besseres Werkzeug wäre auch nicht schlecht, dass wir mal könnten anfangen, die großen Bäume auch weg. Ja, ist sich's eh. Du fühlst dich langsam müde. Ja, das war eher ein anstrengender Tag. Okay, dann sag ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht, bis morgen.